Hallo, Jungs. Wie geht's euch? Du meine Güte, was ne Süße! Hallöche, meine Schönheit! Was möchtest du? Möchtest du meine Freundin sein? Was? Was denkst du bitte? B-Bitte! Auf keinen Fall! Verschwinde! Oh, ich flehe dich an! Ich habe doch eindeutig gesagt, oh, ist das ein magischer Stab? Nun, wenn du mir den gibst... Hm? Meinen Stab? Nein, das kann ich nicht tun! Oh, mein süßer Cain! Bitte? Oh, mein! Hier, kannst du ihn haben? Ja! Ich liebe... Was zum... Hey, deine Nase! Hä? Ist voller Eiscreme! So süß! Was? Hässlich! Guckst du etwa zu mir? Sie ist so... Umwerfen! Warte! Verdammt! Checks! Hallo! Was? Was sagst du? Hä? Oh, sie hat den Stab! Verschwinde! Aber... Gib das sofort Cain zurück! Pumni! Hör sofort auf damit! Nun, was, wenn ich... Nein sage? Verschwinde! Was? Wie ich sehe, bist du all so mächtig? So lustig! Tschüssi! Wo ist sie hin? Was? Oh, Missenheit! Ich kann es nicht glauben! Nun hör schon auf zu heulen! Hallo, meine Hübschen! Langweilt es euch nicht, so hässlich zu sein? Oh, warte, hast du uns gerade hässlich genannt? Was ist denn gerade passiert? Was? Oh, ich muss dann mal los! Was jetzt? Leute, das ist deine Schuld! Ah! Nein! Bist du! Hey! Zeit ist auf! Gern geschehen! Äh, was? Hey! Ich bin wieder normal! Juhu! Nehm das! Aua! Warum? Hey! Gib ihn mir zurück! Was? Niemals! Sina, wie viel Spaß das macht! So bekommst du mich nie! Sie hat den Start? Oh, ich weiß, ich schaff das! Sprich dein letztes Gebet! Ach, du meine Güte! Bitte! Du bist hässlich! Was? Hm, das Ende! Halt, warte! Soll so etwa alles enden? Nein, bitte, hör auf damit! Ich werde es nun tun! Jetzt! Nein, warte! Hör bitte auf! Zeit zu verschwinden! Oh nein! Ich kann es nicht länger aushalten! Mach's gut, galsame Welt! Autsch! Das gibt es doch nicht! Hab ihn! Mein Stab! Dieser Kleine! Gib ihn mir zurück! Sprich! Nein! Bitte nicht! Niemand kommt von dort wieder! Das funktioniert bei mir nicht! Ich werde dich! Bobel! Yeah! Nun lass uns wieder zur Normalität zurückkehren! Hä? Ein Cupcake? Gute Arbeit! Wow, Luka! Gletscher! Ähm, äh? Wir müssen auch was! Was? Nein! Bitte, Jummi! Nun, ich habe nicht für jeden was, aber ihr könnt ihn euch teilen! Ja! Ja! Brave Jungs! Nehmt ihn! Oh! Oh! Hier! Oh! Oh! Fast geschafft, Kinder! Ich versuch's ja! Und ich hab ihn! Oh! Gebt ihn zurück! Oh! Lauft! Ätsi-Bads-Bow! Kommt sofort hierher! Wo sind sie? Ich habe eine Idee. Okay. Wach auf, du faule Sucke! Alles klar. Vielleicht, wenn ich ihn so... Jawohl, tschüssi. Wer gehört nun mir? Was tust du da? Was? Was gehört nun dir? Nichts, alles in Ordnung. Tschüss. Ich bin mir ziemlich sicher, das war... Egal, zurück ins Bett. Gute Nacht. Ach du meine Güte, mein Stab ist verschwunden. Was? Wer hat das getan? Schon leer. Kinder, wollt ihr noch mehr, oder was? Ja! Gute Wahl. Dann nehmt das. Hier, für euch. Tada! Oh ja, danke schön. Das macht mehr Spaß als meine Rüstung. Genießt es nur. So lecker. Pomni! Hä? Hast du... Hä? Mein Stab? Du hast ihn gestohlen. Sieh auch immer. Was hast du getan? Was? Ein Riesenlutscher? Er ist nur für dich. Ja, oh, ich liebe es. Und nun? Ich kann kaum noch. Ich brauche Hilfe. Aua, ich glaube ich muss... Was? Tja, das hast du verdient. Süßkram ist nicht gut. Das ist pures Geld. Okay, ich könnte euch helfen. Ja? Hier. Hä? Ja! Hurra! Lektion gelernt. Hä? Ähm, tut uns wirklich leid. Schon verziehen. Kommt her, ihr kleinen Racker. Yay! Ich fühl mich nicht gut. Hä? Süßes ist nicht gut. Kennt ihr vielleicht einen Zahnarm? Oh, nein. Oh, nein. Wer sind diese Leute? Was soll ich nur tun? Hey, aufgepasst. Ich beobachte euch. Hehehe. Du meine Güte. Los, schnell. Schnell, behält euch. Oh, nein. Ich bin da besser los. Wer bewegt sich? Hehehe. Leute, ihr solltet... Ich schaff das. Satz da. Ja, ich werde gewinnen. Hey, du hast verloren. Hehehe. Yeah. Ah. Das war wohl nichts. Oh, mein Gott. Oh, nein. Hehehe. So ist es richtig. Hehehe. Oh, nein. Bitte wartet auf mich. Was ist denn los, Dickerchen? Hehehe. Was? Hehehe. Hehehe. Der Sieg ist mein... Was macht er doch? Ach, dir werde ich schreien. Hehehe. Ach, du meine Güte. Ah, warte. Hä? Oh, darf jetzt nicht das Gleichgewicht verlieren. Wer bewegt sich jetzt? Demjenigen wird es noch leid tun. Oh, nein. Ah. Ah. Da. Ich habe verloren. Hä? Was ist das? Ich hab dich. Das war knapp. Du bist hübsch. Hehehe. Äh. Hehehe. 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 Nicht wahr? Hm. Na gut. Aber wir, ihr bewegt euch. Ich beobachte euch. Oh, nein. Ich schaffe es nicht. Komm schon, fast geschafft. Oh, jeher. Ich habe es geschafft. Hehehe. 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 Was? Das kann nicht sein. Dann komm sofort zurück. Oh, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Oh. Oh. Wer bewegt sich? Hä? Was macht denn... Hehehe. 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 Bist du dir da sicher? Hehehe. Ich habe gewonnen. Oh. Wohl doch nicht. Hahaha. Niemand bewegt sich. Okay. Der Sieg ist mir sicher. Hehehe. Die schnapp ich mir. Habe ich dein Ernst? Ich muss schneller rennen. Okay. Wer bewegt sich jetzt? Du? Oder vielleicht du? Hm. Lauf! Fast geschafft. Was? Die Notausgangstür? Nun, ich schätze... Ausgangstür! Okay, ähm... Ich gehe dann einfach... Nein, Pony. Tu das nicht. Wer bewegt sich? Hehehe. Wir nicht. Haha, das war's mit dir. Keine Bewegung. Was ist das? Endlich. Hehehe. Du bist raus! Pony! Hä? Ah! Ich hab's geschafft! Juhu! Das Ziel ist so greifend. Ja, fast geschafft! Oh ja! Loser! Hm. Ach ja? Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ah! Ah! Schön zur Wand! Ja! Was denn ist das? Das? Ah! 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 Sekunden! Ich bin fast da! Komm schon! Äh! Ich hab's geh... Ich liebe meinen Job! Wir haben's geschafft! Das war's für euch! Das war's für euch! Beschütz mich, Zauberer! Ah! 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 Hätte ich mir ja denken können! Hahaha! Ich bin jetzt viel stärker! Also kann ich endlich Rache nehmen! Hahaha! Verabschiede dich, Bruder! Hahaha! Bitte, hör auf damit! Ah! Puh! Das war knapp! Ich will doch nur etwas Spaß haben! Hahaha! Warum bist du nur... Ah! Bitte nicht! Nein! Ich versuche dich nicht zu verfehlen! Mal sehen, was passiert! Willst es so zu Ende gehen, Bruder? Ah! Ist es endlich vorbei? Ich kann nicht glauben, dass ich noch am Leben bin. Verdammt, wie konnte er nur ausweichen? Warum tust du das alles? Hör auf, so zu tun, als wüsstest du es nicht. Es hat schon angefangen, als wir noch klein waren. Du warst so ein Weichei und dein Hamster hat mich so angekoscht. Oh, Bubble, warum hast du ihm wehgetan? Ach, mein Schatz, ich weiß, was zu tun ist. Mutter gab uns neue Spielzeug. Du warst so froh darüber, aber ich... Konntest nicht ertragen, zu sehen, dass du neue Sachen in der Hand hattest. Also habe ich es dir weggenommen und kaputt gemacht. Du warst am Boden zerstört, das hat mir so gefallen. Ist alles in Ordnung, Liebling? Sie haben dich immer vorgezogen, dich mehr geliebt als mich. Meine Zeichnung war so viel besser. Das macht mir Angst, Mama! Kane, was ist? Ach du meine Güte. Oh, so etwas sollte kein Kind malen, mein Sohn. Ist mir egal. Entschuldige dich, mein Schlobart. Du hast immer so getan, als wärst du ein Heiliger. Hast Tieren geholfen. Ui, wie toll. Dabei waren Mutter und Vater immer so stolz auf dich. Ich konnte das nicht mit ansehen. Schließlich war ich auch sehr gut in etwas, die Tiere in böse Monster zu verwandeln. Aus irgendeinem Grund sorgten sich Mutter und Vater plötzlich um meine Entwicklung. Unsere Eltern bekamen Angst. Der Arzt untersuchte mich, bis er plötzlich... Ich glaube da... Oh mein Gott! Schauen Sie her! Ihr Sohn hat ein böses Herz. Ich gebe es nicht gerne zu, aber das war mir schon klar. Na, was hast du nur angerichtet, du Idiot? Nein! Hör auf damit! Eine Schlange? Runter von mir! Dieses Kind ist vom Teufel besessen! Dieser dumme Arzt warf uns raus. Schlaf schön, mein Schatz. Hab dich lieb. Hab dich lieb. Von da an ignorierten sie mich noch mehr. Ha? Zieh mich nicht so an, du Fliesling! Ich wollte nur geliebt werden, doch du wolltest all ihre Liebe für dich. Liebstum! Was ist passiert? Schlaf gut, Brüderchen! Aber wie? Mami! Was ist denn Liebling? Was hast du nur wieder eingestellt? Nein, Mama! Jetzt ist es aber genug! Hey, mein Kleiner, ich hoffe, es geht dir gut. Warum lieben sie mich nicht? Mach, dass du wegkommst! Mama, Papa, bitte! Ich hab mich doch bemüht! Nichts da! Hint fort mit dir und komm bloß nicht zurück! Du hast mich wirklich enttäuscht! Mami, bitte tu das nicht! Sie ließen sich nicht erweichen, obwohl ich noch ein hilfloses Kind war. Sie verwehrten mir den Zugang zu meinem Zuhause. Vom ersten Tag an warst du ihr Liebling und jetzt bin ich endlich dran! Das ist nicht wahr! Sie lieben dich! Ist mir egal, das ist ein Ende! Bruder, es tut mir leid, du hast recht. Ich verdiene das! Es gibt kein Zurück! Hä? Was zum Hänger ist das? Ein Foto von uns? Na los, bring es zu Ende! Nein, ich kann das nicht! Ich... Hey, mein Sohn! Weißt du eigentlich, wie sehr dich dein Bruder liebt? Nachdem du weg warst, war auch er nicht mehr derselbe. Er war unglücklich, alleine. Er malte Bilder von dir, Blatt für Blatt. Ich weiß, wir haben dich fortgeschickt, aber du hast ihm gefehlt. An jedem einzelnen Tag... Mami! Wo ist mein Bruder? Es ist besser ohne ihn. Nein, ist es nicht! Ach, mein Kleiner. Es war unsere Schuld, nicht seine. Ich kann nicht glauben, was ich ihm angetan habe. Tu, was immer du tun musst. Nein, Bruder. Es tut mir leid, du bist frei. Du, meine Güte, ist das dein Ernst? Du bist der Beste! Das wusste ich schon immer. Ich hab dich wirklich vermisst. Ich dich auch bin stolz auf euch. Gleich wirst du bereuen, dass du hier aufgekreuzt bist. Nein, bitte tu das nicht! Zu spät. Sayonara! Kaff auf, Moritz! Was tust du da? Ich? Du, meine Güte! Wir haben uns nur unterhalten. Ich bin kein Verräter. Verräter? Davon war keine Rede. Also, genug gequatscht. Tschüss! Mist! Fandet ihr ihn denn nicht verdächtig? Omni, wie geht's dir? Alles okay? Machst du Witze? Kaufmo ist der Verräter. Er hat gerade versucht, mir etwas anzutun. Kaufmo? Ja, er war schon komisch drauf. Kam mir auch merkwürdig vor, dass er ein Messer bei sich hatte. Hä? Wir müssen ihn melden. Sofort! Wir brauchen erst einen Beweis. Ansonsten wirken wir verdächtig. Wir müssen uns aufteilen und ihn suchen. Ja, das sollten wir tun. Das klingt gefährlich. Aber gut, ich bin dabei. Kaufmo, nein! Warum bist du denn so komisch? Gleich wirst du es messen. Was hast du mit dem Messer vor? Das wird lustig! Nein, damit spielt man nicht. Ich hab mir schon mal in den Finger geschnitten. Keine Sorge, was jetzt kommt, ist gleich vorbei. Was sagst du da? Und vorbei. Hey, siehst du? Mir wird das komisch. Einer ist erledigt. Jetzt werde ich mich erst mal verstecken. Ah ja, das sieht gut aus. Er war doch eben noch hier. Nein, Kinga! Mein Freund! Wer hat dir das angetan? Erzähl mir alles. Hilf mir, King, bitte. Könntest du noch etwas für mich tun? Ja, mein Freund. Alles, was du willst. Könntest du bitte... Nein, er ist tot! Das war so leichter. Ich hab das los. Hast du Kinga das angetan? Du bist der Verräter. Nein, es ist nicht so, wie es aussieht. Glaubt mir. Sein Blut klebt sogar noch an deinen Händen. Blut? Blut. Du denkst, du kannst uns veräppeln? Du lügner! Ich lüge nicht. Bitte glaubt mir doch. Meine Geduld ist am Ende. Ich melde das. Also. Hier sind wir. Er hat Kinga etwas angetan. Nein, das ist nicht wahr. Bitte glaubt mir doch. Ich bin mir sicher, er weiß. Und wir haben ihn dabei erwischt. Er muss der Verräter sein. Tut mir leid, aber ich stimme dem zu. Ich auch. Er ist verdächtig. Du meine Güte, Leute. Der wahre Verräter ist Kaufmo. Was? Er versucht doch ganz klar nur von sich abzulenken. Ich stimme auch für ihn. Du Bastard. Wie viele Votes habe ich bis jetzt? Cain! Wir wissen auch, dass Kaufmo es ist. So ein Unsinn, ihr Lügner. Das ist kein Unsinn. Wir wählen dich. Oh ja, das werde ich auch tun. Ihr drei Idioten, ihr lügt ja wie gedruckt. Du bist der Lügner. So will du dich dran. Wen soll ich nur wählen? Vielleicht Cain. Ach komm schon, wir wissen beide, dass ich unschuldig bin. Vielleicht hast du recht. Wie wär's mit... Subel, mach keinen dummen Fehler. Er wird uns alle vernichten. Na ja, ich. Ach egal. Wen interessiert's? Du meine Güte, Schubel, bitte. Puh, sie hat mich nicht genommen. Jetzt habe ich vier Stimmen. Ich kann dir das passieren. Ich kann nicht glauben, dass ihr das getan habt. Oh, hallo, kleine Klaue. Du weißt, was jetzt kommt, nicht wahr? Ich werde das nicht hinnehmen. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Nein, Cain. Nein, Cain. Armer Cain. Er hat Kinder auf dem Gewissen. Er hat Kinder auf dem Gewissen. Er hat Kink. Ich war es nicht, die Schwerer. Oh nein, er hat die Wahrheit gemacht. Das ist so unfair. Checkt ihr es jetzt? Hab's ja gleich gesagt. Also war's doch genauso. Ich habe nur meine Aufgaben erledigt. Ich war's nicht. Tschüss. Es ist echt komisch. Fähigen wir ihn. Klar, als ob mich das interessieren würde. Sie wollten uns ja nicht glauben. Es tut mir so leid. Komm, machen wir weiter. Wo sind denn nochmal die Kabel? Oh, da sind sie ja. Das wird einfach. Hey, Gängel, hilf mir doch mal. Ich hab so Angst wegen dem Verraten. Musst du nicht. Komm schon. Es gibt viel zu tun. Für uns alle. Aber, was war da? Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut. Gut, Kaufmo war zwar komisch, aber... Warum wackelt das die ganze Zeit? Hallo? Ist da jemand? Ich meine, wir müssten nochmal darüber reden, ob Kaufmo wirklich... Äh, Gänge? Was zum... Hörst du mir überhaupt zu? Unerhört. Wir müssen sehr vorsichtig sein damit. Super. Leute, helft mir. Du bist also die Nächste. Warum tust du das? Ich hab dir nichts getan. Das ist mir doch egal. Ich mach dich alle fertig. Dann meine Güte, das hast du wirklich vor. Ich bin schneller als du. Hör auf dich zu beschwegen. Ja. Zum Glück. Schluss mit dem Rumgeampelst. Ja. Komm doch nicht. Ich bin schlauer als ihr alle. Ich werde siegen. Was tut ihr hier? Auf, du bist der Verräter. Sag mir doch. Also los. Holen wir uns. Holen wir uns. Nein, verdammt. So nicht. Ich mache euch auch fertig. Gleich seht ihr meine wahre Gestür. Er abstrahiert. Was soll ich denn tun? Ist mir aber gut. Er ist mir aber gut. Schnell weg hier. Wartet auf mich. Bitte tun wir nichts. Ich werde dir um Gnade winseln. Lauf, lauf, lauf. Lauf, machen wir. Schnell. Autsch. Verflucht. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Ich werde sie aufhalten, bevor sie mich melden können. Wir sind fast da. Da vorne. Na, endlich. Jax. Ja. Ein Stück. Wir sind wirklich mal da. Ich kann schon die Hand danach austrecken. Gleich haben wir es. Zu früh gefreut uns nichts. Tu uns nichts. Zeit zu spielen. Tut mir leid. Wir spielen nicht. Sie nicht nach hinten. Gleich habe ich euch. Ich darf uns nicht berühren. Verflucht. Verflucht. Das ist eine Sackgasse. Legt wohl. Sprecht euer letztes Gebet. Das sollen wir nur tun. Ich weiß was. Pamni, hör mir zu. Es gibt nur einen Weg hier raus. Wir müssen den Report-Knopf drücken. Ja. Aber, äh, ich meine, egal. Ich mach das. Das ist mein Mädchen. Du kannst das. Was? Hey, hier bin ich. Na, Kaufmo, du blödes Monster. Was sagst du da? Wie kannst du es machen? Los, Pamni. Jetzt bist du dran. Das ist unsere Chance. Bald werde ich deine Stimme nie wieder hören müssen. Oh nein, Pamni, bitte. Das ist unsere letzte Chance. Pamni. Was zum... Sie hat's geschafft. Oh, Jax, wir haben's geschafft. Äh, warte, das ist unmöglich. Was zum Teufel ist passiert? Nun, sagen wir es so. Du bist der Verräter. Aber das kann doch nicht sein. Fliege ich jetzt raus? Nein, das kann nicht sein. Das könnt ihr nicht... Nein, los. Das ist es, was du verdienst. Du, helf mir doch. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Gute Arbeit, mein Lieblingshater. Danke, du auch. Danke euch. Ich bin so froh, dass ihr... Ach du liebe Güte. Pamni ist tot. Was geht hier vor? Was ist hier los? Moin. Was zur Hölle? Ich kann nicht hin. Pamni ist hier. Die arme, kleine Pompi. Pompi, nein. Wer war das? Keine Arme. Keine Arme. Nein. Ich auch nicht. Gehen wir der Sache auf den Grund. Lügst du, Jax. Was? Bist du es gewesen? Nein, nein, nein. Ich war dabei, mich aufzubrezeln, als ich Pamni sah. Hey, wo geht's hin, Süße? Äh, Süße? Hi, Jax. Ich hab da was für dich. Hier, nimm schon. Wow, ein Geschenk. Danke. Wie widerlich. Wo kommt das her? Es tut mir leid, okay? Ich weiß nicht, wie... Ruhe auf den billigen Plätzen. Was? Wo? Was ist das? Meine Maske. Ups. Und das ist alles, was passiert ist. Du warst das also. Aber ich... Voll ins Gesicht. Ja, also nicht. Dann eventuell du, Kinder. Warum ich? Ja, er könnte es gewesen sein. Dann erzähl mal. Ich weiß nicht. Ich schwöre, dass ich das nicht war. Dann erzähl mir deine Geschichte. Okay, schon gut. Das fing alles an, als ich meine Küssenburg fertigstellte. Öpomni war in der Nähe und ich zeigte ihr meine Errungenschaft, aber sie zerstörte sie vor meinen Augen und rannte davon. Niemand lacht mich aus. Sie tänzelte herum und machte sich zum Affen. Das nervte mich. Also lauerte ich ihr auf mit einem Ausgang, in welcher sich ein Abstrahierter befand. Das ist... Sie rannte davon wie ein Feigling und ich amüsierte mich königlich. Das ist auch schon alles. Dann warst du das also. Kinger auch nicht. Dann vielleicht du. Ich war's nicht, Herrgott. Dann du. Ich war's nicht. Dann du. War's nicht? Oh, so unschuldig. Ach, gar nichts. Ich halte das nicht aus. Hm. Kauf, Mo. Ich? Nein, warte. Du warst es. Ich sag dir alles. Omni war wie immer dabei, den Ausgang zu suchen und öffnete eine Tür nach der anderen. Omni, es gibt keinen Ausgang. Sag sowas nicht. Doch sie suchte weiter, weshalb ich sie versuchte, mit meinen Späßen abzulenken. Ich bin eine Puppe, bitte. Erste kariere mich. Hast du das gehört? Mir gingen die Ideen aus und ich wollte nicht, dass sie sich schlecht fühlt. Also machte ich eine Ballonfigur. Tschüss, Kaufmo. Es war wirklich traurig, doch plötzlich brach etwas unter meinen Füßen. Es war Subels Bein. Hey, Kaufmo, hast du mein Bein gesehen? Natürlich nicht. Ich finde es einfach nicht. Es muss irgendwo stecken. Merkwürdig. Aber du hast wohl recht. Und hier ist der Beweis. Du hast es. Na, warte. Wer dann? Was ist los, Kane? Nein. Nein. Er war es nicht. Lass es mich erklären. Ich war es, der Jack sein Geschenk in einen Haufen verwandelte, um Pomni einen Streich zu spielen. Ich war es, der dafür sorgte, dass Kingels unzerstörbare Kissenburg in sich zusammenfiel. Ich war es, der Subels Bein klaute, damit er sich lang legt und es vor Kaufmo platzierte, damit er drüber stolpert. Seht ihr? Bubbles ist unschuldig. Du hast was? Was? Okay, dann... Okay, dann... Passt du es. So, ich belebe sie wieder. Dann kann sie die Wahrheit erzählen. Huh? Das geht? Ja, schreiten wir zur Tat. Was ist passiert? Bin ich am Leben? Ach, du Mörder! Huh? Was? Hahaha. Was? Ich erzähle alles. Ich wanderte durch diesen langen Flur voller Türen, als Bubbles vor mir auftauchte und seine gruseligen Zähne aufblitzen ließ. Ich ergriff die Flucht und rannte davon. Bleib stehen! Ich rannte so schnell ich konnte. Doch dann stand ich vor einem Abgrund. Und ich bereitete mich darauf vor, seinen spitzen Zähnen zu begegnen. Bitte! Nein! Hör dich! Huh? Das war nur... Hahaha! Was? Ich stürzte in den Abgrund wegen Bubbles Sabber. Huh? Seh nur, was du getan hast. Genau! Ihr seid nie bestrafen! Oh yeah! Ich wusste es! Bestrafen! 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 Es war doch gar nicht seine Absicht, nicht wahr? Ach, ist das so? Danke dir! Oh, aber das rettet dich auch nicht! Hör auf damit! Ah, genau! Nimm das! Du Jügner! Na ja! Äh, na los! Ich schaffe das schon! Einfach nur langsam und vorsichtig! Oh! Nein, bitte! Das darf nicht sein! Oh! Es war nicht meins! Puh! Hä? Aber das darf doch nicht! Habe ich es wirklich zerbrochen? Ah! Ich will nicht verlieren! Ich will nicht verlieren! Was für eine Tragödie! Wir können doch nur mal reden! Nein! Kinga! Oh! Oh, ich kann es nicht glauben! Was guckst du so? Mach weiter! Aber sicher! Ich schaffe das! Fast geschafft! Ja, das war's! Wache! Hä? Bist du fertig? Ja, hier sieh nur! Äh, warte mal! Ah! Das darf doch nicht wahr sein! Nun, du hast wohl verloren! Das war's dann! Nein, warte! Bitte tu das nicht! Ah! Ah, verdammt! Nur die Ruhe, Jax! Ich hab nur... Was? Den Regenschirm? Wie soll ich... Oh, das ist es! Hm, fast geschafft! Nur noch ein bisschen! Ich wusste es! Das ist meine Chance! Hä? Wer ist da? Ich nehme das und du das! Hallo? Naja, egal! Warte! Wo ist mein Keks? Oh nein! Oh! Hahaha! Kinderspiel! Ich kann nicht glauben, wie schwer das ist! Ach, ich geb's auf! Hä? Bubbles? Hahaha! Mh, lecker Kekse! Was? Was? Das ist es! Jetzt nur vorsichtig, schnell los! Ich schaffe es! Oh? Was? Da ist keiner zu mir! Oh, du hast ihn zerbrochen! Zeit für deine Strafe! Ich war so nah dran! Warum ist er zerbrochen? Warte mal! Jetzt bist du... Was ist eigentlich? Nimm das! Und das! Das macht mir gar nichts! Ich werde nicht gut genug bezahlt! Ich bin hier raus! Nicht so schnell! Warte! Du musst das nicht tun! Nein! Hier kommt das! Nein! Nein! Das war... Das bringt ja gar nichts! Oh bitte! Tu mir nichts! Das war ein Fehler! Ist er... Hey du! Zurück an die Arbeit! Deine Zeit läuft ab! Nur noch 20 Sekunden! Ich muss mich beeilen! Na komm schon, blöder Keks! Oh! Na also geschafft! Oh, seht mich an! Ich hab's geschafft! Ich bin die Beste! Hä? Hey, Subi! Oh nein! Mein Keks! Du bist raus! Yeah! Du bist echt daneben! Du hast noch 10 Sekunden! 10 Sekunden? Beeilung, Jacks! Das ist so verdammt schwer! Was? Hm, lecker! Jetzt sollte es klappen! Verzeihung, aber ich bin fertig! Was wärst du? Okay, du hast bestanden! Yeah! Ich bin der Beste! Noch 5 Sekunden! Oh, ich schaffe es! Na los! Halt mich nicht zum Narren! 3 Sekunden noch! Ich disqualifiziere dich! Na los, na los, na los! Ich hab's! Ich hab's wirklich geschafft! Du hast es bestanden! Oh yeah! Hä? Oh nein! Nein, nein, nein! Warte, bitte! Gib mir noch eine Chance! Oh nein, Jacks! Du hast es versucht! Oh, nur noch eine Sekunde! Ich hab die Nase voll! Das war's! Leute, sie hat es geschafft! Sie hat bestanden! Wirklich? Ich hab's geschafft!